Ich finde das so unlogisch, wie Substanzen irgendwie in der Gesellschaft gehandhabt werden, weil wenn man sich einfach mal ein paar Wissenschaftler oder so anguckt, dann sieht man ja, dass es falsch ist, was da oft irgendwie dargestellt wird. Ja, keine Ahnung, mir ist es halt irgendwie wichtig, dafür so ein bisschen Aufklärung zu sorgen, weil ich denke, dass es einfach ein gewisses Potenzial gibt, was in diesen Substanzen steckt, in manchen vielleicht mehr, in manchen weniger. Ich glaube, deswegen fühlt sich das für mich auch dann richtig an, das so zu tun. Boah, ich störe es dir, das war echt richtig heftig. Als ich mit Isabel diesen Podcast aufgenommen habe, mit diesem Gerät, dann haben wir den so aufgenommen und dann irgendwann gucke ich halt so nach, wir haben ja ewig aufgenommen, nach 1 Stunde 40 habe ich gedacht, ich schaue jetzt einfach mal so kurz drauf. Dann war das so aus. Das siehst du auch in dem Podcast, ich dann so. Das ist so bitter. Ich habe das dann genommen, ich habe das dann genommen, das ist aus. Und dann habe ich es angemacht und dann wollte ich halt schauen, weil es aufgenommen hat. Ich habe halt gehofft, hoffentlich hat es ja bis jetzt fast aufgenommen. Ja. Dann hat es nur eine halbe Stunde aufgenommen und die ganze über eine Stunde war nicht drauf. Und in diesem Moment, ich weiß es noch sehr genau, ich stand so da und ich wollte richtig heulen. Ich habe so richtig diesen Impuls gespürt, so dieses ... Aber dann kam so dieses Rationale so, das bringt ja nichts jetzt, bringt ja nichts. Ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Aber im Nachhinein habe ich mir echt so krass, das ist schon so Next Level, wenn du es schaffst, aufgrund von irgendwelchen äußerlichen, also wegen Gegenständen zu weinen. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber boah, war das bitter. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, es ist mir schon so häufig passiert, dass irgendwie der Akku nicht voll war, die Speicherkarte kaputt gegangen ist und dann hat man umsonst gedreht und das ist echt bitter, weil es gibt ja auch Sachen, die kann man dann nicht so leicht nachholen. Also wenn es irgendwie ein Interview ist mit einem besonderen Gast, dann kann man ja nicht irgendwie spontan nochmal das Gleiche aufnehmen. Das ist ja dann voll der Aufwand direkt. Nils hat mir erzählt, mit dem Thorsten Passi musst du dir nochmal was aufnehmen oder so. Genau, da hatten wir Glück, dass wir zwei Tage in Hannover waren, wo er wohnt und haben ihn dann nochmal gefragt, ob wir nochmal eine halbe Stunde drehen können, weil irgendwie die Tonspur nicht aufgezeichnet wurde. Das heißt, wir hatten Bild, aber keinen Ton. Bei seinem, dass er dann hier so anhatte, dieses Mikrofon. Genau, sein Ansteckmikrofon. Ja, das riecht bitter. Das ist, ja. Da habt ihr auch beim Thorsten Passi, das ist ja auch ein interessantes Thema, vielleicht können wir das auch mal so ein bisschen besprechen. Ihr dreht ja jetzt gerade, oder wir sind ja jetzt auch gerade dabei, ich glaube zum Zeitpunkt dieses Podcasts ist es auch schon veröffentlicht, ein Selbstexperiment-Video zu LSD. Genau. Das finde ich mega cool, dass ihr das auch macht, da will ich nachher noch ganz viel darüber sprechen, aber erstmal so ein bisschen, wie baust du so ein Selbstexperiment jetzt gerade zu LSD auf? Weil du hast jetzt gerade gesagt, Thorsten Passi, das heißt auch Wissenschaftler, dann redet ihr mit mir. Was ist denn dir da wichtig eigentlich? Also mir ist wichtig bei meinen Selbstexperimenten ja sowohl diese Selbsterfahrung zu machen und irgendwie ganz unvoreingenommen die Dinge auszuprobieren und selber zu erleben, um dadurch ja meine Meinung oder wie ich das empfinde darstellen zu können. Aber ich bin natürlich kein Experte in irgendwas und natürlich kann ich mir bei Google irgendwie ein paar Artikel durchlesen zu LSD zum Beispiel, aber es gibt ja Menschen, die sich da ihr ganzes Leben lang mit beschäftigt haben und die viel mehr wissen, als irgendwie in irgendeinem Google-Artikel zusammengefasst ist. Und deswegen suche ich mir immer Experten zu den unterschiedlichen Themen und spreche einfach mit denen und höre mir mal an, was die so dazu zu sagen haben und so erfährt man dann super viel über das ganze Thema und ich finde das selber auch super spannend, da einfach neue Sachen zu lernen. Das ist bestimmt auch schwierig, wie du sagst, du bist kein Experte und dann sozusagen ein Expertenvideo zu machen, so irgendwie, also ich meine, ich kenne es ja, ich bin ja auch auf YouTube unterwegs, wenn du nur einen kleinen Fehler sagst, zum Beispiel habe ich einmal gesagt, dass Pilze Pflanzen sind irgendwie oder ich habe es halt irgendwie so in dem Kontext erwähnt, Junge, bis heute, alle paar Tage kommt da ein Kommentar. Ja, voll, immer, also jeder kleinste Fehler wird natürlich gefunden, wenn es irgendwie ein paar tausend Leute sich anschauen, irgendwer weiß es immer besser und deswegen muss man da immer besonders gut recherchieren und versuchen, alles bestmöglich zu checken, damit man keine falschen Fakten erzählt. Ich check meine Videos auch immer, gerade die Substanzvideos mehrfach, schaue mir unfassbar viele Quellen an, damit das möglichst nicht passiert, aber trotzdem findet man ja einfach manchmal widersprüchliche Infos oder irgendwie Studien, die man selber nicht richtig interpretieren kann, weil das dann schon sehr komplex ist und man dann irgendwie Zusammenfassungen sich anschaut, die aber vielleicht sehr vereinfacht sind und deswegen ist da die Wortwahl dann super wichtig. Ja, da gibt es viel zu beachten und den Zuschauern fällt das wirklich direkt auf, wenn man irgendeinen Fehler macht. Hat einen Faktencheck machen. Ist das schon dann so ein, würdest du sagen, du bist Journalist oder sowas in diese Richtung? Ich würde schon sagen, dass ich Journalist bin, weil ich habe einen Presseausweis. Ah, echt? Ja, genau. Und ich, ja, Journalist ist ja kein geschützter Begriff oder so und ich arbeite ja wirklich journalistisch und versuche auch da so ein bisschen den Pressekodex zu bewahren. Deswegen könnte man schon sagen, dass ich Journalist bin. Man könnte aber auch einfach sagen, ich bin Web-Videoproduzent oder YouTuber. Vielleicht können wir da auch jetzt zum Einstieg das mal so ein bisschen aufmachen, wer du eigentlich bist und dann diese ganze Psychedelika-Geschichte, LSD-Erfahrung und so weiter machen wir dann nachher. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du bist YouTuber und inzwischen auch nicht Drogen-YouTuber, aber du machst Substanzsachen auch. Aber das ist einfach nur so ein Beigeschmack, den du halt hast, so ein Bei-Ding. Wie ist eigentlich jetzt so dein Weg der letzten, du bist 27 jetzt, dein Weg der letzten zehn Jahre? Vielleicht kannst du uns da so eine, oder mir jetzt hier so eine kleine Lebensgeschichte geben und vielleicht auch so ein bisschen die springenden, so was waren so die entscheidendsten Punkte in deinem Leben, die dich jetzt hierher gebracht haben zu dem, was du heute machst? Ja, also ich habe in meiner Schulzeit, als ich Abitur gemacht habe, schon meinen YouTube-Kanal gegründet, 2010 war das und habe da angefangen, irgendwie ein paar Kurzfilme auf YouTube hochzuladen, irgendwie kleine Sketche. Ich habe eine kleine Talkshow gemacht, also ganz unterschiedliche Sachen, einfach weil ich schon immer super filmbegeistert war und mir das einfach Spaß gemacht hat, Filme zu drehen und ich gedacht habe, jo, es gibt jetzt diese Videoplattformen, da kann man sowas auch einfach hochladen und dann sehen sich das auch Leute an tatsächlich und deswegen habe ich das einfach mal ausprobiert und ja, das ist dann so ein Hobby geworden. Ich habe irgendwie immer weitergemacht und habe dann nach meinem Abitur angefangen, ein Praktikum zu machen bei einem deutschen YouTube-Netzwerk, das kam so 2012 rum auf, diese YouTube-Netzwerke. Was ist das, kurz, ein YouTube-Netzwerk? Das ist quasi eine Firma, wie so ein Plattenlabel, bei dem mehrere Creator oder YouTuber unter einem Dach gemanagt werden, das heißt, es gibt irgendwie Leute, die kümmern sich um die einzelnen Künstler, helfen bei der Videoproduktion und vermarkten das auch so ein bisschen. Und da hast du dann angefangen zu arbeiten? Da habe ich dann angefangen zu arbeiten, habe nebenbei meinen YouTube-Kanal weitergemacht und habe da auch nochmal YouTube-Kanäle produziert für dieses Netzwerk, das heißt, ich war da hinter der Kamera tätig und habe da gelernt, mit wenig Budget das bestmögliche Ergebnis irgendwie zu zaubern im Prinzip. Und habe da genau dann eine Zeit lang Praktikum gemacht, dann eine Ausbildung zum Mediengestalter, Bild und Ton, das heißt, ich habe dann Kamera und Schnitt nochmal so professionell gelernt. Aber war dann in deinem Kopf schon so, als du diese Ausbildung dann begonnen hast? Weil, das ist ja das bei YouTubern oft, das, was die Menschen da dann machen, da ist ja nicht wichtig, ob du eine Ausbildung gemacht hast. Voll. Das heißt, was ging in deinem Kopf davor, dass du sagst, ich mache jetzt hier noch eine Ausbildung? Wusstest du da schon, dass du überhaupt YouTuber sein möchtest? Ich wollte Filme machen, das auf jeden Fall. Ich wollte, habe als Kind schon, wollte ich irgendwie entweder Moderator oder Kameramann werden und jetzt bin ich ja irgendwie so ein bisschen beides. Und naja, man muss schon sagen, ich habe mir das ganze Handwerk, so Videos drehen und schneiden, eher so selber beigebracht, durchs Machen einfach. Aber meinen Eltern war es natürlich auch sehr wichtig, dass ich irgendwie noch was Anständiges lerne, eine Ausbildung mache. Ach so, ja. Aber dadurch habe ich dann gelernt, kleine Beiträge zu drehen, so Magazinbeiträge, wie die überall im Fernsehen laufen. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie gemerkt habe, das macht schon Spaß, irgendwie so ein bisschen journalistisch ranzugehen, sich so Beiträge zu überlegen. Das war dann während der Ausbildung. Genau, das war dann während der Ausbildung. Und habe dadurch dann auch angefangen, solche Inhalte auf meinem YouTube-Kanal mal auszuprobieren. Ach, den hattest du schon, der ist die ganze Zeit mitgelaufen? Genau, der ist die ganze Zeit nebenbei hobbymäßig weitergelaufen, ist so ganz langsam gewachsen, so von 1000 Abonnenten auf, keine Ahnung, 30.000, 50.000 oder so. Also immer so kleinen Schritten mit ganz, ja, diversem Content, hätte ich gesagt. Also ich habe echt alles Mögliche ausprobiert. Und ja, habe dann 2016 mein erstes Selbstexperiment gedreht. Das war dann eine Woche lang kein Zuckeressen. Und genau, das war quasi noch voll zu Ausbildungszeiten. Während der Berufsschule habe ich dann irgendwie dieses Video gedreht, auch so ein bisschen schon Magazinbeitragsmäßig. Und ja, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwie dann auf einmal wusste, okay, das ist das Format, was ich weitermachen möchte. Ich möchte irgendwie Sachen ausprobieren, weil ich da irgendwie was über mich selber lerne und irgendwie mich selber weiterentwickeln kann und einfach Sachen ausprobieren kann, auf die ich Bock habe. Und ich möchte damit so ein bisschen Wissen vermitteln, also dass es irgendwie nicht nur Unterhaltung ist, sondern irgendwie so einen informativen Anteil hat, das Video. Aber das kein Zuckeressen hat wahrscheinlich keinen Spaß gemacht, oder? Ja, es war so ein bisschen schwer am Anfang, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, dass es doch gar nicht so schwer ist, auf Zucker zu verzichten, wenn man einmal weiß, wo überhaupt Zucker drin ist. Was waren da so deine größten Erkenntnisse? Wo ist Zucker drin, wo du es nicht gedacht hättest? Überall, also in allen verarbeiteten Lebensmitteln im Supermarkt im Prinzip. Also du darfst eigentlich keine Fertigprodukte kaufen, nichts Fertiges. Du musst im Prinzip alles selber machen. Wenn du Obst und Gemüse kaufst, da ist kein industrieller Zucker zumindest drin. Und ansonsten überall und gerade in so Sachen, die auch relativ gesund wirken, wie irgendwie Joghurt oder Müsli, da ist auch super viel Zucker drin. Ein Viertel Zucker oder so in so einem Früchtemüsli. Das ist auch cool, weil du, wenn du dann diese Videos machst, dann machst du es ja auch irgendwie für dich. Genau. Die helfen nicht nur anderen, sondern die helfen dir selbst auch. Ich glaube, das ist, was ich zum Beispiel bei YouTube cool finde. Wenn ich ein Video mache, dann recherchiere ich ja recht viel. Dann recherchiere ich da stundenlang. Und allein diese Recherche ist ja auch wie Lernen. Ich habe ein neues Thema erlernt. Voll, ja. Ich finde das so geil. Und ja, das ist einfach, finde ich auch immer noch mega geil, dass ich das gerade machen kann. Ich mache einfach Sachen, auf die ich Bock habe. Ich kann mir irgendwie überlegen, okay, ich möchte jetzt Gitarre lernen. Und dann mache ich einfach ein Video dazu. Ah, ich habe ja eine Gitarre. Ja, es ist keine Linkshänder-Gitarre. Ich habe danach jetzt, ehrlich gesagt, das wieder so ein bisschen vernachlässigt. Aber ich habe immer noch Bock, das weiterzulernen. Ja, das ist krass. Du musst einfach jeden Tag machen. Ja. Dann geht es. Wann hast du angefangen, Gitarre zu lernen? Vor, ich weiß es ziemlich genau, vor acht, neun Monaten. Oh, krass. Das ist ja auch noch gar nicht so lang. Nee. Aber ich habe es einfach jeden Tag gemacht. Also jetzt in den letzten Wochen vielleicht nicht ganz. Aber ich habe mich halt committed, das so jeden Tag zu machen. Und dann funktioniert es auch wirklich. Und wie hast du das gemacht? Mit deinem Gitarrenlehrer oder mit YouTube-Tutorials? YouTube-Tutorials. Ich glaube, für mich war das Wichtigste, einfach Lieder zu nehmen, die ich persönlich richtig schön finde. So Lieder, die mich schon immer mein ganzes Leben begleitet haben. Bei mir ist ja Filmmusik, Interstellar, Herr der Ringe. Ja, hast du mir ja gestern schon ein bisschen vorgespielt. Genau. Die Filmmusik, die ist einfach in meinem Gehirn reingebrannt. Und dann macht es auch voll Spaß, das zu lernen. Also am Anfang habe ich auch so versucht, einfach Beginner-Songs. Aber da vergeht dann recht schnell so die Motivation, weil es einfach nicht so ... Es ist dann so ein reines Nachspielen und so theoretisch ... ... die Vision fehlt. So diese Vision, wenn du jetzt so ... Was ist dein Lieblingslied? Boah, also ich habe jetzt versucht, House of the Rising Sun zu lernen auf der Gitarre. Das finde ich zum Beispiel ganz geil. Ja. Ja, also einfach so das Lieblingslied und dann guckst du dir so ein YouTube-Video an von einem, der das spielt. Und der spielt das dann so richtig gut. Und denkst, dann hast du so diese Vision. Und da will ich, das ist die Vision. Ja. Das finde ich mir ganz gut. Voll. Ja, und wie ist das Fazit nach einem Monat Gitarre spielen? Also ich habe dein Video damals auch so ein bisschen geguckt, aber ich weiß es nicht mehr genau. Es war sogar nur eine Woche, glaube ich. Ach, eine Woche. Okay, da geht es wahrscheinlich nicht so viel, oder? Ja, also ich habe so ein paar Basics auf jeden Fall geschafft. Ich habe, genau, House of the Rising Sun so ein bisschen, so ein paar Akkorde auf jeden Fall ganz gut hinbekommen. Und, naja, es lief alles halt noch nicht so ganz flüssig. Aber man konnte schon erahnen, dass das so ein Lied irgendwie sein soll. Und wie viele Stunden dann am Tag? Ja, zwischen zwei und fünf Stunden am Tag, würde ich sagen. Krass, also das war richtig. Ja, also meine Hände haben richtig wehgetan. Ich hatte nachher ultra die Hornhaut oder das hat sich alles aufgelöst. Das war richtig taub, so die Fingerspitzen. Das war verrückt. Ja, ja, das ist bei mir jetzt auch noch manchmal. Also ich glaube, das ist als Gitarrenspieler so ein bisschen normal. Ja, also man bekommt ja irgendwann so eine Hornhaut. Das ist ja auch das Schöne. Aber am Anfang ist das erst mal krass. Also ich habe auch direkt eine Gitarre mit so Stahlsaiten genommen, weil ich die so eine Wässer-Gitarre, weil ich die einfach schöner finde. Und ich finde auch, dass die schöner klingen. Ich glaube, bei Konzertgitarren wäre das so ein bisschen entspannter. Ich glaube, bei Konzertgitarren sind das so Nylon-Seiten oder so, die so ein bisschen sanfter. Ja. Ja, die ist nämlich auch voll hart. Ich zeige es dir mal kurz. Das ist schon eher hart, oder? Ja, genau. Das ist ja auch so eine Wässer-Gitarre. Ja, und ich habe sie so gekauft. Und jetzt merke ich immer, wenn ich bei anderen Leuten eine Gitarre spiele, die ist viel einfacher. Und deswegen will ich die eigentlich nicht mehr haben. Ich will eine einfacher. Das ist voll nervig. Ja, aber dafür sieht die schön aus. Das stimmt. Ja, du hast auf jeden Fall, wie man sieht, viele verschiedene Sachen gemacht. Ja. Und was waren denn jetzt für dich so die Herausforderungen bei YouTube oder deinem Weg? Was waren so die Stolpersteine? Was war schwierig? Was hast du überwunden, um jetzt wirklich heute ein erfolgreicher YouTuber zu sein? Naja, das fängt ja damit an, dass wenn man anfängt, YouTube-Videos zu machen, schaut ja erst mal keiner zu. Und da muss man natürlich erst mal so die Motivation und Leidenschaft mitbringen, das einfach trotzdem zu machen. Dass man die Videos für sich selber macht und nicht, weil man will, dass da jetzt andere Leute zugucken. Ich habe am Anfang auch nie gedacht, dass ich da mal Geld mitverdienen kann, weil irgendwie damals ging das noch gar nicht so richtig mit YouTube. Und hatte das auch gar nicht als Ziel, sondern ich wollte einfach so hobbymäßig Videos machen und fand das irgendwie geil. Fand auch geil, dass man so mit anderen YouTubern sich connectet und dadurch so Gleichgesinnte kennenlernt, die irgendwie genauso drauf sind, wie man selber kreativ Bock haben, Videos zu machen irgendwie. Und ja, deswegen war das gerade so am Anfang natürlich so ein bisschen schwierig, da regelmäßig Videos zu machen, wenn niemand zuguckt. Oder vielleicht auch so die Mitschülerinnen und Mitschüler einen eher belächeln dafür, was man so macht, weil die... Jetzt hast du es ihnen gezeigt. Genau. Jetzt bin ich ein erfolgreicher YouTuber. Wusst es. Ja, aber es ist ja wirklich so, wenn da so einer, so ein Typ irgendwie in der Schule irgendwie anfängt, da so komische Videos zu machen, die irgendwie so ein bisschen lustig sein sollen. Aber es ist ja auch vielleicht dann so ein bisschen lächerlich auch. Und ja, ich glaube, das haben schon einige Leute belächelt. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich mich am Anfang als Superheld verkleidet habe und so Kurzfilme gemacht habe, in denen ich so einen Superhelden gespielt habe. Ja, wahrscheinlich. Ja, so ging das dann los. Das war vielleicht dann so ein bisschen die erste Hürde. Da hast du auch den Mut gehabt, das zu machen. Das weiterzumachen. Das ist schon auch mutig, sich öffentlich eventuell sozialer Stigmatisierung auszusetzen. Ja, voll. Also voll der... Also ich sehe es ja immer wieder, wie viele Leute auch bei mir auf mich zukommen und sagen, hey, ich will auch jetzt ein YouTube-Video machen, auch ein Podcast machen. Aber das wirklich dann zu machen und sagen, ich hau mich jetzt... Ich stelle meine Person jetzt öffentlich. Das ist voll schwer. Das ist irgendwie schon auch so ein Commitment, irgendwie das einzugehen, sich das zu trauen. Weil auch wenn einmal was im Internet ist, kriegst du das ja auch nicht mehr so schnell raus. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war da... Ja, ich mache so Sachen dann einfach. Wenn ich da Bock drauf habe, dann ist mir das auch nicht zu peinlich oder so, sondern ich denke mir, ich habe da Bock drauf. Ich mache das jetzt. Und so habe ich das dann auch mit dem YouTube-Kanal gemacht. Und naja, dann war so, glaube ich, die nächste Herausforderung, dass ich einmal irgendwie das professionell machen wollte und irgendwie geschaut habe, okay, wie kann ich so nach meiner Schullaufbahn da hinkommen? Weil irgendwie in die Medienszene zu kommen, ist gar nicht so leicht, weil irgendwie super viele Leute irgendwas mit Medien machen wollen. Und da dann reinzurutschen. Ich habe mich für unfassbar viele Ausbildungsplätze beworben. Und ja, im ersten Jahr habe ich gar keinen bekommen. Also da hat es gar nicht funktioniert. Ich war bei ganz vielen Einstellungstests und so weiter. Mich wollte keiner haben. Und genau, dann habe ich irgendwie das Praktikum gemacht und ein Jahr später dann irgendwie die Ausbildung bei Mediakraft irgendwie angefangen. Und dann war, glaube ich, so der nächste große Schritt, die Überlegung, sich selbstständig zu machen. Als der YouTube-Kanal dann angefangen hat, so gut zu laufen, dass ich da auch richtig Geld mitverdienen konnte, war die Überlegung, okay, ich habe Bock, das Vollzeit zu machen. Aber funktioniert das, kann das funktionieren, kann ich da über die Runden kommen, ist das nicht ein zu großes Risiko und so weiter. Und ja, das war dann so 2018 rum, wo ich dann meinen Job gekündigt habe und versucht habe, Vollzeit YouTube zu machen. Und das war auch spannend, auch ein bisschen beängstigend, aber hat glücklicherweise ganz gut funktioniert. Wie hast du das entschieden? Hast du dann irgendwann zu Hause einfach gesagt, ich schreibe jetzt eine Kündigung? Ja, also ich habe irgendwie erst angefangen, meinen Job zu reduzieren, habe irgendwie nur noch drei Tage die Woche gearbeitet, anstatt fünf Tage, damit ich schon mal ein bisschen mehr Zeit für den YouTube-Kanal habe. Und habe dann irgendwie ein erstes großes Placement gemacht, also so eine Produktplatzierung, bei der ich, glaube ich, fast 10.000 Euro für ein Video bekommen habe. Das war für mich unfassbar viel, weil ich habe als Auszubildender irgendwie 700 Euro im Monat verdient. Und das heißt, ich hatte auf einmal so ein bisschen Geld und habe gedacht, okay, damit kann ich jetzt im Zweifelsfall schon ein paar Monate leben. Ich wohne irgendwie in einer WG, kostet irgendwie 300 Euro im Monat das Zimmer. Wenn ich einfach sparsam bin und einfach nur meine Videos mache, dann funktioniert das. Und das war dann so die Überlegung, okay, also man kann damit irgendwie Geld verdienen und auch gar nicht so wenig, wenn man Glück hat. Und ich probiere das einfach. Und dann habe ich mich auch echt ein bisschen schwer getan zu kündigen, weil mir der Job da auch Spaß gemacht hat. Aber ich habe gedacht, um weiterkommen zu können, muss ich das machen. Und ich habe eigentlich auch nichts zu verlieren, weil wenn es nicht klappt, dann ziehe ich wieder zu meinen Eltern. Ich war irgendwie anfangs 20, da ist das Risiko ja dann irgendwie noch relativ gering, sich dann einfach mal selbstständig zu machen. Ja, krass. Wer hat dir da 10.000 Euro gegeben für was? War das dann so, dass du irgendwas in die Kamera gehalten hast oder wie? Das war ein Video zum Thema Online-Dating und ich habe von so einer Online-Dating-App Geld bekommen dafür. Also ich habe ein Selbstexperiment gemacht, Online versus Offline-Dating. Was funktioniert besser? Finde ich mittlerweile auch sehr unangenehm, das Video. Aber ich habe halt irgendwie geschaut, okay, wenn ich Leute so auf der Straße anspreche oder per Online-Dating, was funktioniert wie gut? Und ich habe dann da auch irgendwie mit einem Professor gesprochen, der zu dem Thema irgendwie geforscht hat, was Online-Dating mit uns macht und habe im Prinzip einfach einen Beitrag über das ganze Thema Online-Dating gemacht. Und habe da dann halt, ja, diese eine App benutzt, vor allem, weil ich meine, die Apps sind irgendwie alle gleich, da ist das dann auch egal, welche mal benutzt. Was war das, Tinder? Nee, das war nochmal eine andere App. Okay. Und was denkst du heute über Online-Dating? Ich finde das immer noch eine ganz gute Sache. Also ich glaube, heutzutage hat sich das einfach so ein bisschen verändert, wie man Menschen kennenlernt oder kennenlernen kann. Und ich bin eh so ein eher ruhigerer, introvertierter Typ. Das heißt, mir fällt das eh schwer, einfach so Leute anzusprechen. Und deswegen fand ich Online-Dating immer super. Also ich habe da echt schon viele nette Leute drüber kennengelernt und ja, bin da auf jeden Fall Fan von. Schön. Dann haben wir jetzt das. Ich will das Thema YouTube nochmal kurz abschließen, was du gesagt hast, nämlich vorhin, das macht ja Spaß. Und mir macht das ja auch Spaß. Mir macht auch Videos produzieren Spaß. Zum Beispiel jetzt habe ich wieder ein paar Videos produziert vor zwei, drei Wochen und ich merke jetzt schon wieder so, ich hätte mal wieder Lust, irgendwie ein Video zu machen. Aber jetzt so die, was genau am YouTube-Videos produzieren, macht dir jetzt persönlich Spaß? Und als Antwort zählt nicht das als Gesamtes, sondern so, was sind so die einzelnen Schritte beim Produzieren eines Videos, bei denen du sagst, wenn ich mir eine Sache jetzt aussuchen könnte von meiner Arbeit und ich darf nur noch die machen, welche wäre das? Das ist super einfach. Das sind die Drehs an sich, weil ich komme irgendwie rum, treffe super spannende Menschen irgendwie jetzt alleine mit dir irgendwie einen Tag zu verbringen. Fand ich schon super interessant. Und ja, dadurch, dass ich Reportagen mache und halt Experten auch unter anderem treffe, reise ich einfach so ein bisschen durchs Land und treffe immer wieder auf andere Menschen, die sich ihrem Leben voll einer bestimmten Sache widmen und voll die Nerds oder Experten da drin sind. Und das ist dann voll geil oder faszinierend zu sehen, was die alles wissen über einzelne Dinge und ja, was für eine Leidenschaft, die den Sachen, ja, sich den Sachen widmen. Und ja, also Menschen kennenlernen irgendwie bei den Dreharbeiten, das finde ich am allerschönsten. Ich kann ja noch sagen, was ich am nervigsten finde, das ist wahrscheinlich der Videoschnitt hinterher, weil dann hast du irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden Videomaterial und musst daraus so ein 15 Minuten Video machen. Und das hinzubekommen ist manchmal gar nicht so leicht, weil du das irgendwie schön komprimieren möchtest, möchtest, dass es spannend erzählt ist, alle wichtigen Sachen beinhaltet, aber irgendwie auch ja nicht zu viel, dass es irgendwie langweilig oder überfordernd sein kann für die Zuschauer. Also ja, Schnitt finde ich immer so ein bisschen stressig. Lässt du es dann noch irgendwie probeschauen von jemand? Und ich zeige das schon noch ein paar Leuten oft, ja, bevor ich das dann veröffentliche. Und weil ich meine, wenn du das Video geschnitten hast und das dir dann irgendwie zehnmal oder so nochmal fertig angeguckt hast, hast du auch gar kein Gefühl mehr dafür. Du weißt gar nicht mehr, versteht man das jetzt oder verstehe nur ich das, weil man selber kennt ja das ganze Material. Jemand anderes kennt ja dann nur das, was du ihm da ausgewählt hast. Ich zeige es immer Isabel noch einmal. Das ist meine Qualitätskontrolle. Ja, was würdest du denn sagen, was dir am meisten Spaß macht am Videos produzieren? Ich wollte jetzt gerade sagen alles, aber das habe ich ja ausgeschlossen. Scheiße. Wahrscheinlich das Aufnehmen. Wahrscheinlich das Aufnehmen. Doch, das Aufnehmen. Weil ich da in so einen Flow-Zustand manchmal komme. Nicht immer, gerade wenn es so informative Videos sind. Wenn es so Videos sind, die bei denen zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Substanzinformation mache, dann muss ich halt die Daten so teilweise runterrattern oder so, was ist die Wirkungszeit. Aber wenn ich dann zum Beispiel meine eigenen Erfahrungen beschreiben kann, oder als wir vorgestern das Interview gemacht haben, da sowas mag ich voll. Ich werde einfach irgendwas gefragt und dann labere ich irgendwas. Das ist ja irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Aber dann merke ich immer, ah, das war glaube ich gut. Gut. Und das gibt mir dann so das Gefühl, dass ich ohne denken zu müssen Mehrwert schaffe. Okay. Und dieses Gefühl, das finde ich geil. Das ist geil, ne? Wenn man echt so ein Wissen angehäuft hat, dass man einfach das raushauen kann und damit irgendwie Mehrwert bietet. Ja, das ist auch immer. Früher habe ich Leute gesehen im Fernsehen oder auf YouTube oder so, und die haben halt so ganz viel geredet über Sachen. Und ich dachte so, wie wissen die das alles? Wie schaffen die das? Wie können die so viel wissen? Und jetzt rede ich eigentlich selber die ganze Zeit. Zwar immer nur über ein Thema, aber ich erweitere mich ja auch ständig. Ja, und das ist ja gut, wenn man auch Experte in einem Thema ist und sich da dann gut auskennt. Das ist ja vielleicht auch besser, als wenn man von ganz vielem nur so ein ganz kleines bisschen weiß. So habe ich mich eigentlich auch immer gesehen. Ich kann vieles, aber nichts richtig gut. Aber jetzt fokussiere ich mich auch das Thema Psychedelika so ein bisschen mehr. Aber ich muss auch sagen, das Thema Psychedelika ist ja auch nur ein Werkzeug für die Bewusstseinsentwicklung. Du hast Meditation, Atemtechniken oder du kannst auch einfach Selbstreflektion machen, Yoga machen, was weiß ich. Das ist ja alles so dasselbe Ding. Also es kommt alles so in das Gleiche. Und deswegen ist für mich Psychedelika, merke ich auch jetzt schon, auf diesem Podcast, hier geht es nicht einfach nur um Psychedelika. Also das will auch keiner, weil irgendwann weißt du ja alles. Irgendwann hast du alles gesehen. Und deswegen finde ich es gut, dass wir auch allgemein so ein bisschen sprechen. Und gerade auch über deine Selbstexperimente, auf die ich jetzt so ein bisschen rübergehen möchte. Du hast ja dann angefangen mit Selbstexperimenten. Und dann irgendwann, wie du es gesagt hast, 30 Tage kein Zucker essen, Online-Dating, so die verschiedenen Sachen aus allen möglichen Lebensaspekten. Und dann irgendwann, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube dein erstes Video zu Substanzen war dann Alkohol gegen Cannabis. Richtig. Kannst du mich in dieses Video so ein bisschen mal, wie ist das entstanden? Also wie ist die Idee entstanden und auch der Mut, das zu machen? Weil das ist ja illegal. Das ist ja schon krass. Das war tatsächlich mein zweites Selbstexperiment. Das heißt, ich habe schon relativ früh angefangen, eigentlich auch Substanzen auf meinem Kanal zu behandeln. Und naja, das kam so, dass ich früher in meiner Jugend in so einem kleinen Kiffer-Freundeskreis groß geworden bin, wo sich einfach jedes Wochenende getroffen wurde zum Kiffen. Und da habe ich natürlich auch das ein oder andere Mal mitgekifft. Und deswegen irgendwie so, ja, schon früh gemerkt, dass es da irgendwie so ein falsches Bild gibt. Weil irgendwie so wie Cannabis oft dargestellt wurde, dass es irgendwie so super schädlich ist und irgendwie man sofort irgendwie abhängig ist und so. Das habe ich so gar nicht wahrgenommen in meinem Freundeskreis. Weil wir hatten irgendwie einfach dann so entspannte Abende, haben dann irgendwie ganz viele Süßigkeiten beim Supermarkt gekauft und haben dann irgendwie zusammen gezockt oder Filme geschaut, irgendwie ein paar geile Sachen gegessen, Musik gehört und hatten einfach so einen voll entspannten Abend. Irgendwie viel entspannter, als das eigentlich auch so bei Alkohol der Fall war. Weil es irgendwie, ja, man hing einfach so rum. Es war so chillig. Und irgendwie hat mir das eigentlich immer ganz gut gefallen. Und, ja, ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich jetzt darauf gekommen bin, genau dieses Video zu machen. Aber ich habe mich schon immer irgendwie für Drogen interessiert. Am Anfang natürlich vor allem Cannabis. Einstichstronen. Ja, tatsächlich ja schon irgendwie so ein bisschen. Aber Alkohol war davor. Genau. Aber Alkohol, ja. Ja, Alkohol habe ich, glaube ich, das erste Mal mit 13 oder 14 getrunken. Also auch, ja, voll früh. Aber das ist ja auch normal in unserer Gesellschaft. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, ja, gedacht, dass man das ja irgendwie mal vergleichen könnte und einfach mal so sich anschauen könnte, wie was wirkt. Weil ich auch gelesen habe, dass Alkohol irgendwie, da sterben, ich glaube, 76.000 Menschen am Jahr oder so. Oder es mit sieben, ja. Ja, irgendwie so um den Dreh. Also richtig viele. Und bei Cannabis gibt es irgendwie eigentlich gar keine Todesfälle oder kaum. Und ja, irgendwie ist das komisch, dass das eine so verteufelt wird. Und das andere ist so überall bei jedem Fest in der Familie. Also bei einer Hochzeit, beim Geburtstag, sei es ein Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt. Überall wird gesoffen, die ganze Zeit. Und warum wird das eine so verteufelt, das andere so krass verharmlost, dabei, wenn man sich mal so die Fakten anschaut, ist das ganz anders. Und deswegen dachte ich, das muss man sich doch mal irgendwie anschauen. Und deswegen habe ich das Video gemacht, in dem ich beides miteinander verglichen habe. Habe so unterschiedliche Spielchen, einmal betrunken, einmal bekifft und einmal nüchtern gemacht. Hast du dann an einem Tag getrunken und am nächsten Tag gekifft? Oder wie hast du das gemacht? Genau, also ich glaube, ich habe es an einem Tag nüchtern gemacht. Habe es dann an einem Tag bekifft gemacht und dann an einem, einem alkoholisiert. Also da war dann so ein bisschen Abstand dazwischen. Also ganz schwierig dann aber auch, warst du dann sehr betrunken, warst du sehr bekifft? Ja, das ist natürlich irgendwie, ich hatte mir extra so ein Alkoholmessgerät geholt bei Amazon, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. Dementsprechend war ich, ich glaube, ich hatte auch schon ein bisschen mehr getrunken, als ich gekifft hatte. Aber ja, ich habe gedacht, ich mache das einfach so, dass ich das so, wie ich das normalerweise kenne, einen guten Rausch habe. Also einen schon relativ, ja, normalen bis starken Cannabis- oder Alkoholrausch. Wobei ich dann, glaube ich, während des Videos doch ein bisschen zu viel getrunken habe. Ich habe mich auch im Video übergeben und so. Ah ja. Das war schon krass. Ich erinnere mich da sogar dran. Da war bei mir dann so ein bisschen dieses, tatsächlich war bei mir so ein bisschen das, vielleicht hast du schon ein bisschen viel getrunken. Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du so richtig, nämlich so richtig hart bekifft bist, wenn du so einen richtigen, so einen Cookie isst, so einen richtig starken Cookie, dann sieht es vielleicht auch nochmal ganz anders aus. Aber da habe ich so ein bisschen Alkohol in Schutz genommen. Fällt mir gerade auf. Ja, voll. Aber also jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, ist das natürlich auch vielleicht ein bisschen extrem gewesen. Das war halt irgendwie einfach meine Erfahrung, die ich da gemacht habe und die ich dann auch so dargestellt habe, wie ich das erfahren habe. Jetzt im Nachhinein denke ich auch, also muss man schon aufpassen, dass Cannabis auch nicht zu sehr verharmlost wird, weil es ja irgendwie, ich kenne auch Leute aus meinem Kifferfreundeskreis von damals, die halt nicht so viel in ihrem Leben jetzt auf die Reihe bekommen haben, die irgendwie immer noch bei ihren Eltern wohnen und irgendwie, ja, nicht so richtig in die Gänge kommen, sage ich mal, so ein bisschen hänger geworden sind. Und das hört man ja auch immer wieder, dass das schon vorkommt. Es ist real. Das ist auf jeden Fall real. Das heißt, man darf nicht sagen, okay, Cannabis ist super ungefährlich, aber ja, Alkohol ist halt auch nicht super ungefährlich. Aber die Leute gibt es bei Alkohol ja genauso. Genau, eben. Es gibt ja auch unfassbar viele Alkoholabhängige. Und Alkohol macht einen krassen Schaden. Als du dieses Video dann gemacht hast, erstens, was war das Ergebnis am Ende dieses Videos? Also wie hast du das Resultat dann so gezogen? Warst du unparteiisch beim Ergebnis? Und was hatte dieses Video für ein Backlash? Backlash, was kam da so? Das genaue Ergebnis weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Also auf jeden Fall habe ich, ja, gesagt, dass man anhand der Ergebnisse, die ich jetzt da im Experiment gesehen habe, auf jeden Fall sagen kann, dass Cannabis nicht schlimmer als Alkohol ist. Und auch das, was die Experten gesagt haben, also ich habe da auch zwei Experten interviewt, auch das habe ich noch mal so ein bisschen wiedergegeben. Also das irgendwie, ja, man sich da schon fragen muss, warum ist das eine eigentlich verboten und verteufelt und das andere ist legal und wird so verharmlost. Und ja, das war, glaube ich, so ein bisschen das Ergebnis. Das ist auch voll die riesen Szene, die sich da bildet zu Cannabis illegal, Alkohol ist erlaubt. Warum? So dieses mit der Drogenbeauftragten, Cannabis ist kein Brokkoli. Vielleicht hast du das auch so ein bisschen angezettelt damals. Ich glaube, das war auch schon früher ein Thema, aber vielleicht habe ich es mit gefördert. Ist auf jeden Fall immer noch mein meistgeklicktes Video, also zum Backslash. Ja, war schon so, dass es eine unglaubliche Resonanz gab. Also das kam extrem gut an. Natürlich haben auch Leute das irgendwie kritisiert, dass ich irgendwie eine illegale Droge nehme. In den Kommentaren oder auch in echt? Eher in den Kommentaren. In echt habe ich da eher positive Rückmeldungen bekommen. Also meistens, wenn ich irgendwie auf der Straße angesprochen werde, fragen Leute immer noch, bist du nicht der, der dieses Cannabis und Alkohol Video gemacht hat? Also das ist irgendwie schon, ja, aber über fünf Millionen Menschen, das ist natürlich auch eine ganze Menge. Ja. Fünf Millionen. Ja. Also, ne, dieses, dieser alleinige Fakt, den möchte ich jetzt mal so richtig rausstellen und bearbeiten, dass du, klar, dein Gesicht in der Öffentlichkeit zeigst, auf YouTube hast viele Follower, das heißt, du hast auch wirklich, also das sehen Menschen, das ist nicht wie am Anfang deines YouTube-Kanals, das es niemand sieht, und dann, ich sage es jetzt einfach, so eine Straftat begehen. Du hast dich nicht bei der Straftat gefilmt, ne, also du, deswegen theoretisch nicht, aber allein dieser Fakt, den finde ich halt super gut und super mutig, weil nur, wenn wir sowas machen, nur wenn wir so tun, als ob es normal ist, wird es ja irgendwann normal. So, was kannst du mich dann nochmal irgendwie reinholen, was ging da in deinem Kopf ab, dass du das wirklich gemacht hast, vor allem mit so einer, ne, also, ich mache ja auch so ähnliche Sachen zumindest und am Anfang war es halt bei mir so, dass ich, also, wir haben jetzt immer nur, wir haben jetzt immer nur verglichen mit dir nur 10.000 Abonnenten, aber wenn du so 100.000 Abonnenten hast und dann sowas machst, da muss ja schon irgendwie so ein tiefer, so ein tiefes Verlangen, der, also, dass du das wirklich als richtig empfindest und gut findest, so, wo kommt das her? Ich, keine Ahnung, wo es genau herkommt, aber ich finde das so unlogisch, wie Substanzen irgendwie in der Gesellschaft gehandhabt werden, weil wenn man irgendwie sich einfach mal ein paar Wissenschaftler oder so anguckt, dann sieht man ja, dass es falsch ist, was da oft irgendwie dargestellt wird und deswegen, natürlich bin ich auch vorsichtig in dem, was ich zeige und wie ich das zeige und genau, man wird bei mir auch nie echte Drogen im Video sehen, so, also, zumindest nicht mit mir zusammen und, ja, ich denke halt, okay, irgendwie der Konsum ist ja grundsätzlich eh nicht strafbar oder es ist ja nicht verboten und, ja, ich, ja, keine Ahnung, mir ist es halt irgendwie wichtig, dafür so ein bisschen Aufklärung zu sorgen, weil ich denke, dass es einfach ein gewisses Potenzial gibt, was in diesen Substantien steckt, in manchen vielleicht mehr, in manchen weniger, aber, ähm, selbst Substanzen wie Kokain, die jetzt nicht vielleicht so ein gutes therapeutisches Potenzial haben, selbst da ist es ja irgendwie schwachsinnig, dass die verboten und kriminalisiert sind, weil dadurch ja viel mehr Probleme entstehen, als wenn man das irgendwie regulieren würde und deswegen, ähm, ich finde, das ist so logisch eigentlich. Logisch, das höre ich bei dir raus, das ist einfach logisch. Aber, genau, und deswegen, ich glaube, deswegen fühlt sich das für mich auch dann richtig an, das so zu tun. Du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast es nicht dann bei Cannabis geblieben, du hast mehrere Substanz, Informations- oder Selbst-Experimente gemacht. Ja. Also, ich glaube, es war Cannabis, MdMA, Kokain und Pilze und jetzt LSD noch. Genau, richtig. Ich würde gerne über die Einzelnen auch noch so ein bisschen sprechen. Wir fangen jetzt, wir machen jetzt, bevor wir zu den Psychideischen kommen, würde ich jetzt noch gerne das mit Kokain besprechen. Mhm. Wie war das für dich? Weil da ist ja, glaube ich, der Backlash wahrscheinlich noch wesentlich krasser gewesen als bei Cannabis. Ja, voll. Wie war das so? Da habe ich mir auch so ein bisschen irgendwie schwer damit getan, weil ich irgendwie, ja, auch ehrlich gesagt nicht so der Fan von Kokain bin, aber Kokain ist einfach so eine Substanz, die überall, auch in den Medien und so, die ganze Zeit dargestellt wird. Irgendwie, es geht voll oft in Filmen, Serien, Musik, wo auch immer, um Kokain. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, es ist ja spannend, sich auch die Substanz mal genauer anzugucken. Was steckt eigentlich dahinter? Wo kommt das her? Ja, auch geschichtlich. Wie ist das mit den Kokablättern und so weiter? Und wie ist eigentlich die Wirkung wirklich? Weil ich auch schon in der Vergangenheit mit einigen Leuten gesprochen habe, die alle eher nicht so die Fans von Kokain waren. Also ich habe mit wenig Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, ab und zu finde ich das schon mal ganz geil, irgendwie so einen Koksabend zu machen. Die meisten haben gesagt, ja, ich habe das irgendwie ein, zwei Mal probiert und irgendwie war das nicht so richtig was für mich. und habe das dann auch mal ausprobiert, auch, ja, bevor ich das Selbstexperiment gemacht habe und habe da auch eher diese Erfahrung gemacht, dass ich so ein bisschen enttäuscht von der Wirkung war, ehrlich gesagt, weil ich mir das irgendwie krasser vorgestellt habe. Ist, glaube ich, häufig so, dass man sich krasser vorstellt, was so eine Substanz macht, wenn man das dann so liest und so, als wenn man das dann merkt, dass es ja einfach nur, ja, keine Ahnung, die Wahrnehmung oder so ein bisschen verändert wird und irgendwie das gar nicht so unbekannt ist, dieses Gefühl vielleicht. Und, ja, das war dann jetzt mein vorletztes Selbstexperiment, das Kokain-Video. Wie war da jetzt der Backlash? Also gab es da dann mehr, vielleicht auch im echten Leben irgendwas? Ja, also das ist auf jeden Fall so am negativsten wahrgenommen worden, weil es, glaube ich, so auch die, einfach, ja, so die krasseste Substanz ist, weil es irgendwie das höchste Abhängigkeitspotenzial hat und so und das, ja, da sind Leute auf jeden Fall noch mal vorsichtiger als jetzt bei psychedelischen Substanzen oder so. also die wirken dann auf jeden Fall harmlos. Also es gibt auf jeden Fall, das habe ich ganz gut gemerkt, ähm, bei den meisten Menschen schon irgendwie auch so eine Kategorisierung der Substanzen irgendwie. Ähm, Cannabis ist voll okay. Ähm, MDMA ist auch voll okay zum Party machen oder so. Ähm, Psychedelika sind vielleicht auch, äh, voll okay. Aber irgendwie Heroin oder Kokain, das ist super gefährlich. Da musst du auf jeden Fall die Finger von lassen, weil wenn du das einmal nimmst, dann bist du abhängig. Aber LSD ist eigentlich auch so bei vielen, glaube ich. Ja, stimmt, also LSD hatte ich auch früher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, auch immer so schon ein bisschen Respekt davor, weil alle Leute haben immer gesagt, LSD ist so krass, ähm, dass, ähm, lass da lieber die Finger von und so. Und Das haben bestimmt auch viele, die es selbst noch nicht gemacht haben. Ich glaube auch, das ist immer so das Beste. Die Leute sagen, na, mach das nicht, das ist nicht so gut, das mag ich nicht, aber haben es noch nie probiert. Ja. Ähm, ja, finde ich gut, dass du das ausprobierst und machst und du hast ja dann auch noch MDMA probiert. Ja. Wie war es eigentlich bei MDMA so, bei diesem Video oder diese Erfahrung des MDMAs, wie hast du dir die erwartet und wie war sie dann? Ähm, ich habe mir die auch ein bisschen krasser vorgestellt, als es dann tatsächlich war, weil ich immer gehört habe, ähm, dass es dieses unfassbare Glücksgefühl ist im Prinzip, was man spürt. Und, ähm, naja, ich habe mich auf jeden Fall gut gefühlt und, ähm, ich war kommunikativ und ich habe das mit zwei, ähm, ja, Bekannten zusammen gemacht. Ähm, und wir haben uns da sehr intensiv und auch tiefgehend, ähm, unterhalten können über echt sehr persönliche Dinge. Ähm, und das war auf jeden Fall schön, sich so öffnen zu können, weil man da ja doch oft Hemmungen hat, gerade vielleicht mit Menschen, die man nicht so gut kennt oder nicht so gut einschätzen kann. Ähm, das fand ich schon extrem cool. Da fand ich eher so den Tag danach irgendwie dann nicht so geil, weil ich mich da dann halt schon echt sehr schlecht oder sogar mehrere Tage sehr schlecht und ein bisschen depressiv gefühlt habe. Und ich mir dann gedacht habe, äh, hinterher, okay, war es das jetzt wert, sich irgendwie einmal gut zu fühlen dafür, dass man sich dann danach mehrere Tage vielleicht nicht so gut fühlt. Ich glaube, das muss dann jeder für sich selber irgendwie überlegen. Was für eine Dosierung hast du da genommen bei MDMA? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Ähm, wir hatten da, ähm, reines MDMA, so Kristalle und, ähm, ja, ich hatte jemanden dabei, der sich da gut mit auskennt, äh, der auch die Substanzen, äh, organisiert hat, der mir da irgendwie was zurechtgelegt hat. Also, ich kann nicht genau sagen, wie viel das war. Vielleicht musst du mehr nehmen. Das ist ja das, was ich bei Kokain auch schon gesagt habe. So, vielleicht musst du ein bisschen mehr nehmen. Das kann sein. Vielleicht bin ich oft dann doch noch so ein bisschen zu vorsichtig, weil ich irgendwie, ja, mich da immer eher so herantasten möchte. Also, richtig so. Und, das war jetzt auch erst mal eine zweite MDMA-Erfahrung überhaupt, ähm, und deswegen war ich da auch dann erst mal so ein bisschen vorsichtig und, ja. Ja, gut, MDMA, okay. Dann. Dann wird's ernst. Kommen wir jetzt zu psychedelischen Substanzen, ähm, aber, aber eine Frage fällt mir gerade noch so ein, so dieses, hast, wie siehst du so das Wort verherrlichen? Was ist für dich etwas verherrlichen? Und würdest du so sagen, dass deine Videos, deine Selbstexperimente eine Verherrlichung von, von Substanzen sind? Eine Verherrlichung, würde ich sagen, ist, ähm, wenn eine Substanz einfach, ja, voll positiv dargestellt wird und dazu ermutigt, das Ganze nachzumachen, äh, weil man irgendwie das, ja, auch unbedingt spüren möchte oder so. Dann wird der Alkohol die ganze Zeit verherrlicht. Genau, ja, will ich schon irgendwie sagen und ich glaube, ich tue das nicht, weil ich irgendwie ganz genau, ähm, auf alle Seiten eingehe, das heißt, ich sage auch was zum Abhängigkeitspotenzial, zu den Risiken, ich, ähm, warne auch davor, dass es, ähm, ja, Menschen alt genug sein sollten, wenn sie verschiedene Substanzen ausprobieren, weil ich glaube, für, ähm, ja, einen 16-Jährigen ist, ähm, das vielleicht nicht so geil, irgendwie alle möglichen Drogen auszuprobieren. Ich selber habe auch erst relativ spät angefangen, irgendwie, mit den meisten Substanzen, ähm, die, ja, das Einzige, was ich halt schon früh gemacht habe, war es zu kiffen, irgendwie ab und zu. Alles andere kam erst deutlich später, über 20 deutlich und glaube auch, dass das ganz gut war oder ich auch dann erst wirklich reif genug war, das Ganze zu tun. Und ich denke, in meinen Videos, da kommen Experten zu Wort, ähm, es wird auf Safer-Use-Regeln hingewiesen, ähm, und, ähm, ja, wenn Leute danach trotzdem Bock haben, das zu machen, dann hätten sie früher oder später, wären sie wahrscheinlich sowieso auf die Substanz aufmerksam geworden und hätten das ausprobiert, dann vielleicht aber irgendwie ein bisschen weniger gut vorbereitet, weil ich glaube, dass wenn man meine Videos gesehen hat, dann weiß man grob so das Wichtigste, was zu beachten ist, ähm, und, ähm, ich hoffe natürlich, dass die Menschen sich noch weiter informieren, Links sind immer in der Videobeschreibung, aber, äh, ja, ähm, und, ja, keine Ahnung, ich denke, wenn Menschen eh eine Substanz konsumieren wollen, dann sollen sie lieber mein Video gucken, als es einfach so zu machen. und ich denke, ja, deswegen ist es eher nicht verherrlichend. Die Menschen möchten sich auch berauschen, ne, das ist ja so, ja, es macht ja auch einfach Spaß, so, auch Kinder berauschen sich gerne. Ja, und ich meine, du musst ja auch irgendwie erst mal an die Substanzen rankommen, irgendwie, das heißt, also, ich, keine Ahnung, habe ja auch jetzt keinen Link in der Videobeschreibung, wo du im Darknet dir irgendwelche Sachen bestellen kannst, sondern irgendwie, ähm, die Menschen müssen sich ja eh nochmal selber damit beschäftigen, um überhaupt erst in die Nähe von so einer Substanz zu kommen. Das ist aber ja ein Pro-Argument dafür, dass es gut ist, dass es verboten ist. Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich möchte nur so ein bisschen die Schuld von mir, weil, ja, ich denke einfach, dass Aufklärung das Allerwichtigste ist und wenn man, ähm, reflektiert, ähm, an die Sache rangeht, dann sind die Gefahren, glaube ich, deutlich geringer, als wenn man einfach irgendwo auf einer Party von irgendwem, ähm, eine Substanz annimmt und die einfach mal ausprobiert, ohne sich damit beschäftigt zu haben. Ja, ich halte das auch für super wichtig, dass auch größere YouTuber Videos zur Substanz machen, weil, klar, unser YouTube-Kanal SetonSetting oder andere Substanz-YouTuber in Deutschland, außer vielleicht der Simon, die sind ja alle sehr nischig, also das sehen nicht so viele Leute, das sehen nur die Leute, die es wirklich interessiert, die wirklich danach gesucht haben, aber umso mehr von den öffentlichen Menschen, die eigentlich nicht unbedingt viel damit zu tun haben, mehr dazu zu machen, umso mehr normaler wird das ja auch nicht, deswegen denke ich, das ist ein riesengroßer Beitrag und du siehst wahrscheinlich auch an den, also vermute ich jetzt mal, dass die Klicks höher sind bei solchen Videos, das heißt, die Resonanz oder die Leute wollen das. Genau, also ich glaube, die Leute wollen auch sehen, wie ich einfach auf irgendeiner Substanz bin, weil das vielleicht unterhaltsam ist, sich das anzuschauen, aber ich glaube, die Menschen sind ja auch neugierig, also ich meine, ich selber bin ja auch neugierig, was die verschiedenen Substanzen anbelangt und ja, ich glaube, ich kenne auch viele Menschen, die gar kein Interesse haben, Substanzen auszuprobieren, aber die gucken sich sowas trotzdem gerne an, weil sie dadurch ja dann so ein Gefühl dafür bekommen, wie sowas denn sein könnte und ich glaube, das ist ganz schön und das sieht man auch in den Aufrufen, wobei ich auch immer wieder Kommentare bekomme, ich soll nicht so viele Drogenvideos machen, es gibt auch noch andere Themen, die interessant sind. Trotzdem klicken sie alle da. Ja, aber für mich ist es einfach ein sehr interessantes Thema. Ja, und du machst halt auch das, was dich interessiert. Eben, genau. Auch wenn es dann auf Backlash auch Widerstand trifft, bestimmt auch Familie, Freunde, ist wahrscheinlich auch nicht immer das Einfachste gewesen, oder? Ja, also gerade meine Eltern waren echt nie so begeistert von den Videos, weil die auch irgendwie ein anderes Gefühl für Substanzen haben oder bei denen ist es voll im Kopf, irgendwie hier keine Macht in Drogen, Drogen sind gefährlich und ja, denen zu erklären, dass das gar nicht so stimmt, das ist manchmal gar nicht so leicht, weil selbst wenn die sich dieses Video angeschaut haben, hat meine Mama gesagt, ja, ich hoffe, du probierst jetzt nicht nochmal Pilze aus, obwohl das ja eigentlich, wenn man sich das Video angeschaut hat, nicht wirklich negativ gewirkt hat. Es kommt einfach nicht an. Das merke ich auch immer so. Da ist so der Beweis, auch Studien oder so, da ist es, aber das kommt nicht an. Das ist wie als ob durch von dem Filter von irgendeinem Filter so aufgehalten wird. Ja, ich weiß nicht, was, also warum das so ist. Vielleicht wollen die Menschen das nicht glauben oder irgendwie ist das so sehr verankert, dieses Bild, Drogen sind gefährlich, man wird abhängig, dadurch zerstört man sein ganzes Leben, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es auch voll gut geht, verantwortungsvoll Substanzen zu konsumieren, ohne dass man sein Leben zerstört. Und ich glaube, das ist genau das, was wir zeigen müssen. Dieses, das hat mich damals, als ich angefangen habe mit Substanzen, vor fünf, sechs Jahren, das hat mich letztendlich auch dazu gebracht und vor allem dazu gebracht, auf diese verantwortungsvolle Weise, auf diese sichere Weise, auf diese sehr informierte Weise, dass ich andere Menschen gesehen habe, die das machen, auf eine vernünftige Weise. Das heißt, ich habe gesehen, es gibt Menschen, die nehmen Substanzen Illegale und die sind trotzdem normal. Die Menschen, sie stehen trotzdem mit beiden Beinen im Leben, haben soziales Umfeld, Familie, eine Arbeit. Die sind einfach so normal. Und trotzdem machen die das und ich glaube, genau das wird zu selten nach außen getragen, weil genau die Leute haben am meisten zu verlieren. Das heißt, es kommt dann eher so mehr das nach außen, die Fälle, in denen es nicht geklappt hat. Ja, klar. Und dann entsteht dieses falsche Bild, wenn viel mehr Negativbeispiele in die Öffentlichkeit kommen und kaum positive Beispiele, weil diese positiven Beispiele, von denen es ja viel mehr gibt, die sich ja verstecken, genau dadurch entsteht dieses Bild. Ja. Und das müssen wir fördern. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch Studien dazu, wie viel konsumiert wird und wie wenig problematische Fälle es überhaupt gibt. Gibt es. Weil, ja, also ich kenne ja auch selber so viele Menschen, die irgendwie Substanzen konsumieren, die einfach ganz normale Menschen sind. Die machen das halt irgendwie ab und zu mal irgendwie an einem Wochenende, anstatt sich zu betrinken und haben da wunderschöne Erfahrungen mit. Und, ja, würde mir wünschen, dass das irgendwie mehr Menschen einfach checken würden. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Gerade natürlich über das Thema Psychedelika schaffen wir das dann umso mehr, weil ich habe immer so das Gefühl, Psychedelika sind sozusagen die einzige Substanz oder nicht die einzige, ist jetzt falsch gesagt, aber die Substanz, die vielleicht sogar noch noch mehr Verantwortungsbewusstsein in dir schaffen kann oder noch mehr Nachhaltigkeit in dir schaffen kann als Kokain jetzt zum Beispiel. Ja, voll. Also. Wie ist es denn für dich, dieses Thema Psychedelika? Wann hast du dich dem genähert und hast du schon, also vielleicht damals und heute, wie ist so dein Bild davon? Ist es so, das ist jetzt nochmal was ganz anderes oder war es schon von Anfang an bei dir so, okay, Psychedelika hat das jetzt nochmal eine eigene Klasse, weil ich weiß es noch genauer als ich mit LSD das erste Mal konsumiert habe, da verändert sich das, was ich sehe und so. Das ist ja völlig, du bist so dein ganzes Leben in diesem Alltagsbewusstsein, so wie jetzt, ich sehe alles ganz normal und auf einmal soll dann jetzt das verändert werden. Das ist schon sehr beängstigend auch. Voll. Also ich hatte auch ein bisschen Angst davor. Also ich glaube, das erste Mal gehört habe ich irgendwie auch noch zu meinen Kifferzeiten, weil wir da uns auch über Pilze irgendwie informiert haben und da dann auch diese Horrorgeschichten gehört haben, irgendwer ist auf Pilzen aus dem Fenster gesprungen, weil er dachte, er könnte fliegen und so. Und da war ich dann so ein bisschen skeptisch und ich weiß gar nicht, wann ich dann wieder auf das Thema gekommen bin, aber ich war irgendwann mal in Holland und da kann man ja Trüffel zum Beispiel kaufen und habe mich dann irgendwie noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt und vor ein paar Jahren dann. Genau, vor ein paar Jahren und da auch dann mit Menschen gesprochen, die schon Erfahrungen mit Pilzen gesammelt hatten und die gesagt haben, dass das irgendwie eine voll schöne Erfahrung war, dass das irgendwie so ein kleines Abenteuer war, so eine kleine Reise und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Also ich hatte, bevor ich das erste Mal Pilze genommen habe, keine Ahnung, was da passieren wird. Ich hatte auch einfach ein bisschen Angst vor so einem Kontrollverlust, weil ich dachte, okay, wenn ich da anders sehe und so, dann habe ich keine Kontrolle mehr über mich und meinen Körper und mein Leben so und da hatte ich auf jeden Fall Angst vor, aber als ich dann das erste Mal Pilze ausprobiert habe, eine kleine Menge, war das irgendwie voll faszinierend, dass sowas irgendwie möglich ist, also dass irgendwie es wirklich möglich ist, alles so anders wahrzunehmen, dass es echt irgendwie, dass diese Filter im Gehirn wegfallen und man irgendwie ja so die Umwelt irgendwie so anders entdecken kann, also dass man sich wieder fühlt wie ein Kind, das irgendwie zum ersten Mal irgendwie alles entdeckt und sich alles so nah angucken kann. Für mich war das krasseste irgendwie diese Makroeffekte, dass ich irgendwie Sachen so ganz nah anschauen konnte, dass ich irgendwie meine Hautzellen anders gesehen habe, dass ich irgendwie jedes Staubkörnchen gesehen habe, wie durch so ein Makroobjektiv oder ein Mikroskop oder so und das dann mit so einer gesteigerten Stimmung, dass ich irgendwie so fröhlich war, das war irgendwie faszinierend. Also das erste Mal auf Pilzen, da habe ich ehrlich gesagt jetzt keine krassen Einsichten gehabt, sondern das war einfach nur, wow, das ist möglich, irgendwie die Welt so zu sehen. Das war irgendwie, ja, einfach beeindruckend. Und dann warst du hooked? Ja, schon so ein bisschen, also ich habe das dann noch ein paar Mal ausprobiert und habe mich dann noch so ein bisschen weiter damit beschäftigt und dann gelesen, dass ja, in Psychedelika oder in Pilzen ja auch voll das Potenzial steckt, dass es irgendwie ja schon medizinisch angewendet wurde bei irgendwie sterbenskranken Menschen, die dann irgendwie anders mit dem Tod umgehen konnten und solche Geschichten und habe gedacht, okay, wenn das irgendwie ein krasses medizinisches Potenzial hat und irgendwie ja so spannend ist, dann kann ich dazu ja mal ein Video produzieren und das ist dann ja letztes Jahr mein Magic Mushrooms Video geworden, bei dem ich auch das erste Mal ja nach längerer Zeit mal wieder ein Video zu einer Substanz gemacht habe und da dann irgendwie auch ausführlich mit Experten gesprochen habe und da versucht habe, das ganze Thema zu beleuchten und meinen eigenen Trip so ein bisschen mit dargestellt habe. Ja, ist schon richtig nice. Ich glaube, wie gesagt, ich finde, sowas brauchen wir und wie war das gerade bei Mushrooms dann für dich? Also mich interessiert da immer so die öffentliche Meinung. Du hast ganz viele Leute, die bei dir zuschauen. Wie ist das angekommen, so verglichen mit Cannabis oder so? Das ist auch extrem gut angekommen. Also viele Leute haben geschrieben, ich würde mich das niemals trauen, das zu machen oder Respekt, dass du dich das getraut hast, aber voll viele Menschen waren auch voll fasziniert davon. Ich meine, man hat ja irgendwie eindrücklich auch gesehen im Video, dass irgendwie das Schadenspotenzial zum Beispiel super gering ist. Wenn man sich diese Tabelle von David Nutt anguckt, dann sind die Pätsi irgendwie mit am untersten Ende irgendwie und ja, ich glaube, viele Menschen haben da irgendwie das erste Mal so von Psychedelika dann gehört und gesehen, okay, das ist irgendwie gar nicht so schlimm, wie ich dachte und ich meine, es ist ja irgendwie auch ein Naturprodukt, das wächst ja auch hier irgendwie auf Kuhwiesen und das wirkt dann ja auf jeden Fall auch nochmal direkt anders als irgendwelche chemischen Drogen oder so. Das heißt, es kam gut an, weil es auch eine Pflanze war. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da so mit rein fällt, weil ich habe schon viele Menschen gehört, die gesagt haben, ja irgendwie so pflanzliche Sachen sind okay, aber von chemischen Sachen lasse ich lieber die Finger. Also ich glaube, das ist schon auch so teilweise vielleicht so ein bisschen verbreitet in den Köpfen. Das Argument ist schon so ein bisschen meiner Ansicht nach sinnlos. Ja, natürlich. Also wenn man ja auch überlegt, dass ja auch irgendwie, keine Ahnung, LSD ist ja dann auch irgendwie chemisch, aber kommt ja eigentlich auch aus dem Mutterkorn und naja, da stecken ja oft irgendwie pflanzliche Stoffe irgendwie dahinter. Das was ich hier, das Mikrofon ist auch chemisch. Ja. So wenn ich das Essen, was wir oft essen, das wird auch chemisch irgendwie teilweise hergestellt sind irgendwelche, du kannst eigentlich fast nichts mehr verarbeitetes zumindest kaufen, bei dem irgendwas Chemisches drin ist. Also da ist dann immer so dieses, gut siehst du die Grenze. Weil die Grenze ist ja nur künstlich. Das heißt, möchtest du einfach eine künstliche, emotionale Grenze ziehen, sagen, du kannst eine chemische Substanzen nehmen, Drogen, aber beim Essen ist es okay, oder setzt du eine Also die einzig logische, rationale Grenze ist halt, du kannst als Mensch nicht chemisch Sachen zu dir nehmen, es geht einfach nicht und deswegen versuche ich es halt so gering wie möglich zu halten, aber bei LSD zum Beispiel, ich meine, wir sind jetzt hier, können wir mal sagen, wir sind jetzt hier in Hanf. Wo sind wir her? Ja doch, das ist glaube ich hier auf jeden Fall die Ecke Hanf. In der Nähe von Köln und tatsächlich ist hier ein Ort, der heißt Hanf und wir sind jetzt hier und haben in den letzten zwei Tagen, drei Tagen ein Selbstexperiment zum Thema LSD gemacht. Das heißt, du bist dann jetzt doch auf die chemische Seite gekommen. Bin ich ja schon ein bisschen früher durch MDMA und Kokain, aber ja, genau, habe mich jetzt auch mal an LSD herangetraut, weil das war jetzt so nach den Pilzen irgendwie natürlich so der Next Step irgendwie und hat mich natürlich auch voll interessiert, wie sich das vielleicht nochmal irgendwie unterscheidet oder ja, wie die Erfahrung so sein kann. Und was würdest du jetzt sagen, verglichen mit Pilzen? Die Wirkung ist länger, deutlich länger. Viel länger. Das kommt einem schon teilweise vielleicht zu lang vor, je nach Setting kann ich mir vorstellen, aber ja, ansonsten muss ich sagen, fand ich das schon relativ ähnlich wirkt. Ich glaube, ja, ja, manche Menschen sagen ja, Pilze sind noch stärker naturverbunden, LSD vielleicht ein bisschen weniger naturverbunden. Wir waren jetzt aber auch trotzdem gestern im Wald und so. Ich fand das auch irgendwie ganz, ganz geil und ich habe das Gefühl, dass es bei LSD vielleicht noch so ein bisschen besser auch funktioniert, noch in sich selber irgendwie rein zu horchen und irgendwie so ein bisschen sich selbst zu reflektieren. Also, ich glaube, das ist, ja, war jetzt, stand natürlich jetzt auch im Fokus, weil du dabei warst und du, ja, sowas ja häufiger machst und es da ja dann auch um Erkenntnisse vielleicht geht und sich selbst irgendwie zu reflektieren. Aber ich glaube, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass das auf jeden Fall nochmal mir stärker vorgekommen ist. Die Länge trägt da natürlich auch dazu bei, ne? Ja. So, irgendwann musst du halt dich mal reflektieren. Ja. So, irgendwann, weißt du, irgendwie Sachen wollen und aus uns raus reflektiert werden und wenn wir halt bei Pilzen nach zwei, drei Stunden, wenn es dann schon wieder langsam runter geht, dann vielleicht reicht dann die Zeit nicht, aber wenn du bei LSD nach fünf Stunden immer noch da voll am Rumtreppen bist, dann heißt das, okay, ich muss jetzt wohl doch mal irgendwie, ja. Wie war die Erfahrung jetzt für dich? Also, wie ist jetzt dein Resümee? Dein Video kommt natürlich jetzt auch, zum Zeitpunkt, dieses Podcast ist auch schon draußen. Was für ein Resümee würdest du jetzt für LSD geben? Also, würdest du eine Empfehlung geben? Daumen hoch, Empfehlung? Oder würdest du sagen, Vorsicht? Würdest du es wieder machen? Also, wie sieht es da aus? Also, ich habe jetzt noch keinen, wir nehmen ja gerade auf, bevor ich irgendwie ein Fazit zusammengeschrieben habe, aber für mich war es auf jeden Fall eine positive Erfahrung, auch wenn es, ja, teilweise auch nicht ganz leicht war vielleicht und ich auch irgendwie, es mir mal nicht so gut ging, auch während des Trips, war das auf jeden Fall eine, ja, wunderschöne Erfahrung irgendwie in mir selbst so. und ich habe irgendwie mich selbst auf jeden Fall noch mal so ein bisschen anders kennengelernt, aber auch die Umwelt und ich, ja, fand das schon inspirierend. Ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall noch so ein paar Tage erstmal darüber nachdenken müssen, was ich jetzt hier erlebt habe irgendwie gestern, weil ja irgendwie, das ja schon so eine Reise ist, man erlebt so viel an einem Tag und man ist so achtsam irgendwie, also ich habe gestern, glaube ich, so achtsam einen Tee getrunken, wie ich noch nie achtsam einen Tee getrunken habe. Ich habe irgendwie so den Dampf gespürt, ich habe mir irgendwie den Teebeutel ganz genau angeguckt, ich habe irgendwie die Wärme gespürt von dem Getränk, den Geschmack geschmeckt und habe das so richtig zelebriert und ich glaube, das gibt einem auch was so ein bisschen für den Alltag, weil man merkt, dass das möglich ist, mal so achtsam zu sein, mal irgendwie wirklich, also ich hatte das Gefühl, auf LSD so achtsam im Moment zu sein, wie ich das sonst im Alltag nie bin. Also ich war so im Hier und Jetzt und habe einfach gefühlt und wahrgenommen und normalerweise ist man, oder bin ich zumindest, mit den Gedanken voll oft woanders irgendwie in der Zukunft, denke an die nächsten Videoprojekte nach, an was ich noch alles auf der To-Do-Liste habe, was ich essen möchte und so weiter und das hatte ich hier gar nicht und das mal erlebt zu haben, dass das möglich ist, zeigt mir ja auch, dass das grundsätzlich möglich ist und dass ich das vielleicht auch so in meinen Alltag mal häufiger integrieren könnte, vielleicht auch mal zu Hause achtsam einen Tee zu trinken und einfach nur diesen Tee zu trinken und nichts anderes zu tun. Das ist so ein, ich sage immer Schaufenster dazu. Ja. Du gehst an so einem Schaufenster vorbei und kannst dann da mal sehen, wie es sein könnte, guck mal. Und dann nach der Erfahrung geht es dann darum, dass du dann auch wirklich in den Laden gehst und das kaufst, was da drin ist. Ja. Das ist jetzt so eine Metapher, aber es ist ja immer wie so ein, bei Psychedelika generell, die verändern dich nicht. Ja. Du bist dann mega achtsam, jetzt bist du wieder nüchtern, jetzt bist du wieder nicht mehr so achtsam. Das ist ja einfach so, vielleicht noch ein bisschen Nachwirkung, ganz klar, aber wenn du jetzt einfach dein Leben genauso weitermachst wie davor, vor der Erfahrung, dann wird das auch wieder genauso wie davor. Das heißt, das ist dann so die Kunst, jetzt zu schauen, wie kann ich, was habe ich wirklich erlebt und wie kann ich das Erlebte integrieren, heißt es ja, in meinen Alltag, in mein Alltagsbewusstsein, damit sich mein Alltagsbewusstsein verändert. Vielleicht musst du dazu mal auch eine Selbstbeerksperzung machen, Integration. Hast du denn da irgendwelche Tipps für mich? Also ich habe ja jetzt diese Erfahrung gemacht. Wie kann ich denn jetzt das gut in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich mich da jetzt noch weiter mit befassen? Letztendlich ist ja Training oder Repetition, also Wiederholung. Änderung ist immer Wiederholung. Es passiert selten, dass du sagst, ich will jetzt jeden Tag meditieren. Ich will jetzt für zwei Jahre oder ich will jetzt für den Rest meines Lebens jeden Tag meditieren und allein mit dieser, mit diesem Wille hast du es schon geschafft. Ist ja nicht so. Sondern du musst, wenn du eine neue Angewohnheit dir angewöhnen möchtest, musst du es ja erst mal ganz oft machen und irgendwann musst du nicht mehr darüber nachdenken, du machst es einfach. Und genau so ist es in dem Fall auch, dass du die Erfahrung, dass du diese Wirkung der Erfahrung, wie das auf dich gewirkt hat, was du jetzt gerade zum Beispiel beschrieben hast, dass du das wiederholst, dass du das immer wieder erzählst. entweder Menschen, das ist oft nicht so einfach möglich, sondern erst mal dir selbst mehr erzählst. Also dieses Aufschreiben, sich genau aufschreiben, im Detail über mehrere Tage, nicht nur kurz einmal die Erfahrung aufschreiben, sondern immer mal wieder Tagebuch schreiben, jeden Tag so ein bisschen. Hey, was habe ich, was mir heute aufgefallen? Wie könnte ich das vergleichen mit dieser sehr hohen Achtsamkeit, die ich hatte? Und natürlich mit Menschen darüber sprechen. Deswegen ist es ja so wichtig, ein Umfeld zu haben, in dem wir über diese Erfahrung sprechen können. Und arg viel mehr musst du eigentlich auch nicht unbedingt machen, als diese Erfahrung eingravieren in dein Gedächtnis sozusagen. So wirklich, dass du dich immer wieder, also bei mir ist es wirklich so, von meiner ersten LSD-Erfahrung, ich kann alle wichtigen Punkte kann ich noch rausholen. Ich kann sie rausholen, ah, so war das. Oder von anderen intensiven Erfahrungen, die haben sich so reingebrannt, die kann ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. das war dann eine Lebensveränderung passiert, wenn sich etwas so tief in dein Bewusstsein oder in deine Persönlichkeit eingraviert, dass sie zu dir wird, dass sie nicht mehr wegzudenken ist. Genau, das würde ich dir empfehlen. Ja. Das ist die Integration. Ja, ich werde es probieren und ja. Das ist schön. Ja, war eine coole Erfahrung. Ich habe mich gefreut, dass ich dich begleiten durfte. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall für mich auch nochmal anders, wenn jemand dabei ist, der so richtig erfahren ist und irgendwie, ja, ich habe mich auf jeden Fall gut und sicher gefühlt, irgendwie begleitet zu werden. Ja, schön. War echt gut. Das freut mich. Das heißt, wir können dann noch DMT auch nochmal. Genau, das dann vielleicht als nächstes Selbstexperiment. Ja, es steht, hast du noch, was steht auf deiner Ideenliste substanstechnisch für die nächsten Monate und Jahre? Ich würde auf jeden Fall ganz gerne was zu Ayahuasca irgendwann mal machen. Da vielleicht auch gerne, vielleicht im Ausland bei einem Schamanen oder so. Finde ich auf jeden Fall spannend. Genau, das steht auf jeden Fall noch an. Ansonsten werde ich mal gucken. Ich bin da immer offen, aber habe jetzt noch keine Sachen vorgeplant. Schön. Felix? Danke, dass du da warst. Danke für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Wir verlinken natürlich deine Channels und so weiter. Sehr schön. Perfekt. Und wenn dieses Video draußen ist, dann kannst du lieber Zuhörer oder Zuhörerin auch schon dieses LSD-Video anschauen, auf dem wir beide das gemacht haben, beim Felix AK Tomatolix auf dem YouTube-Kanal. Und bis dahin sagen wir beide Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.